So ihr geilen Schwänz So ihr geilen Schwänz So ihr geilen Schwänz Auf diesem Pferdedildo ist Aber das Ding ist ziemlich groß Hat allerdings eine normale Eichel Also von dem Auch schon den Finger im Puck Durchaus Mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlechtsverkehr haben Ich muss sagen, ich finde die Frage sehr gut formuliert Entweder ein Regenbogenschaf oder ein Pferd Also sowohl ein weibliches Als auch ein männliches eventuell Oder allgemein Vielleicht irgendwelche großen Wassertiere, ich habe damit kein Problem Und ich finde das echt extrem geil Von daher ist das eigentlich ganz angenehm Ist momentan noch relativ unerheblich, weil ich noch nicht Zu viel Kohle habe momentan, dass ich da irgendwie groß was machen werde Aber auch das wird Noch kommen, wenn mir das so Hart abgeht Ich habe wahrscheinlich schon mehr Schwänze im Mund gehabt Als der Mutter Nur weil du wie ein Dreijähriger schreibst Das heißt dann, das ist sicher auch du Ich bin mindestens auf dem Niveau von einem Zehnjährigen Mindestens Was sind das für Flecken auf deinem Tabaktuch, Alter? Das sind Wichsflecken, die du hinterlassen hast Als ich dir das letzte Mal angeschrubbt habe Weil ich da das Tuch nehmen musste Weil du zu dumm bist, deinen Schwanz zu waschen Alter, was bist denn du für 1990 Also 1990 Also 1990 Was bist du für 19 Jahrhundert So weißt du wie mein Leben Bis zum nächsten Mal Über